Ja. Bist du etwas wassergeil, junge Dame? Wie kommst du auf dich? Sie können auch hier laufen. Lena, das siehst du nicht und sie will Leila auch ableiten. So, Ronald. Mal schauen, wie läuft die Waffe. Ja, dann fühlst du auch wieder, wo ich gehen möchte. Ich möchte alle drei mit der Geigenfahrt wollen. Ich möchte in die andere Richtung gehen, jetzt warte mal, was macht's. Wir müssen uns aufpassen, dass die zwei sich jetzt nicht zusammen sind. Sonst haben wir gar nicht geschickt. Ja, jetzt sind wir drauf. So, das war eine Wasserplanung. Ja. Na, da ist es nicht möglich. Ja. Ja, jetzt muss ich weiter. So, ich möchte drei. Na, da ist es nicht möglich. Sonst habe ich einen Kommentar,